Herzlich willkommen zu unserer Herbstausgabe unseres Newsletters. Wie immer an meiner Seite der Manfred Stuhl-Reihe und die Liane Haimann. Mensch Manfred, hast du da was machen lassen? Ja, mein Hautarzt wollte unbedingt ein Stück Haut von mir. Sonnencreme vergessen? Ja, leider. Und Sie sollten folgende Themen nicht vergessen. Managed Server. Wir übernehmen Ihre Wartung. Feierstunde zu Ehren unserer dualen Studenten und Auszubildenden. Baustoff Eckert, GmbH & Co. KG setzt auf Zukunftssicherheit. Einen besonderen Hinweis möchten wir Ihnen heute mit unserem Dienstleistungsangebot Managed Server geben. Dieses wurde speziell für Leistungen rund um Ihren Server zusammengestellt. Denn bei diesem Thema sollten Sie wirklich nichts dem Zufall überlassen. Wir können für Sie die Wartung übernehmen und bieten Ihnen unterschiedliche Dienstleistungspakete an. Von einer 24-7-Überwachung bis hin zu der Installation von Sicherheitsupdates und Backup-Prüfungen. Sie erhalten einen monatlichen Bericht und wir alarmieren Sie bei Sicherheitsbedrohungen. Gerne beraten Sie unsere Kollegen Dirk Ross und Marco Klenner in einem persönlichen Gespräch. Ende August gab es eine offizielle Feierstunde für alle Auszubildenden und dualen Studenten der Fiducia GAD und ihrer Töchter Ratio Data und GWS. Die Feier auf Gut Havichhorst fand für alle, die ihre IHK- bzw. Bachelor-Prüfungen gemeistert haben, statt. Von der GWS waren es insgesamt sieben duale Studenten und Auszubildende, welche für ihre tollen Leistungen und ihre Abschlussprüfungen geehrt wurden. Wir gratulieren Niklas Devendisch, David Feldhoff und Jona Stubbe zum erfolgreichen Studienabschluss zum Bachelor of Science mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Außerdem Veronika Averbeck, Kai Donnebrink, Max Resink und Marc Zupan zu ihren hervorragenden Leistungen in den IHK-Abschlussprüfungen. Alle vier sind nun ausgebildete Fachinformatiker mit dem Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Die GWS ist sehr stolz auf die überdurchschnittlich guten Leistungen und wünscht allen weiterhin viel Erfolg auf ihrem beruflichen Weg. Die Baustoff Eckart, GmbH und Co. KG, Gesellschafter im Baustoffverbund Süd, konnten wir nach einem intensiven Auswahlprozess für unsere IT-Lösung GWS ERP NAV gewinnen. 45 User werden zukünftig im Standort Ahlbruck mit dem neuen System und unserem vollintegrierten Archivsystem S-Doc S-Gen arbeiten. Ausschlaggebend für die Entscheidung übernehmen der hohen Branchenfunktionalität die auf Zukunft ausgerichtete Technik von Microsoft Dynamics NAV. Diese gibt den Anwendern schon heute ein höchstes Maß an Sicherheit bei den Digitalisierungsthemen von morgen. So, schön, dass Sie wieder dabei waren und wenn Sie jetzt zwischendurch mal schauen wollen, was bei uns Neues passiert, gehen Sie einfach auf unseren News-Bereich auf blog.gps.ms. Und denken Sie an den Abonnieren-Button und über eine positive Bewertung sind wir immer dankbar. Immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, Manfred, was machst du denn schönes Wochenende? Ich gehe ins Solarium. Aber vergiss nicht die Sonnencreme, das sage ich dir. Wat? Ich gehe ins 아니�arche.